Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VD2. Immer noch in Alidas Turm, oder Alidas Turm, wie oft man sie ausgesprochen wird. Und wir müssen jetzt Valna retten und natürlich unsere geliebte Elaine. Hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig. Aua, Aua. Ach nein, hier. Ach, Kacke. Das... Alter, ich muss jetzt auch noch gegen die kämpfen, oder was? Ah ne, da stand gerade was für Flucht, glaube ich. Autsch. Was, ich habe es nicht so wieder... Oh, fuck. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ups. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Aua, Aua, Aua. Nein, ich will doch... Oh, Kind. Aber na gut, okay, ich weiß, ich kann nicht fliehen, ich muss kämpfen. Komm, nur drei Treffer und der ist down. Der ist down, der ist down, der ist down. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yeah, yeah, yeah. Ta-la-la-la-la-la-la. Nein. Ich wollte noch ausweichen, na, Manu? Na gut, okay, komm. Du Sackgewicht. Nein. Geh down. Das ist so arschig, dass in den Kämpfen einfach die Zeit weiterläuft. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich musste hier hoch, oder? Nein, nicht alleine zur Falle. Alles noch. Sehr gut. Und er hängt jetzt sowieso da rum, deswegen perfekt. Das ist immer. Nein! Mööö! Bleib mir weg. Scheiß auf die restlichen Kisten, die hier noch waren. Ich muss zu Elaine. Nein. Hallo. Ja, bei dem hatte ich keine Chance, jetzt auch vorbeizukommen, deswegen ist klar. Haha, da fehlt, du Wichser. Entschuldigung, ich wollte nicht so wieder derbe Ausdrucke verwenden. Aber er ist doch nun mal einer. Das sieht bei ihm doch schon an. Komm schon. Da gehst du down. Ja, komm, mach innen. Äh... Bin ich hier... Nee, hier bin ich doch falsch. Scheiße! Ich hab mich verlaufen. Au! Ich hab mich verlaufen, wo muss ich denn lang? Scheiße! Nee, von hier kam ich doch, oder? Hä? Ah ja, hier muss ich, glaub ich, runter, oder? Oder? Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig, Gott sei Dank. Oh, scheiß Falle. Ja, okay. Jetzt bin ich immerhin schon draußen. So, nochmal speichern. So, jetzt muss ich nur noch die Höhle wiederfinden. Wo war die denn nochmal? Ich hab doch keine Ahnung. Äh... War die hier irgendwo? Ja, ich glaub da. Autsch! Ah, ich hab nur nervös die Sonne Schaden gekriegt. Dann ist ja auch gut. Nein. Ich hab ordentlich gezogen mit der Sonne. Hab jetzt keine Zeit für dich, Kleiner. Ich muss zu meinen Freunden. Keine Zeit für euch. Hey. Was zum... So, dann wollen wir mal. Hey. Hey. Hör sofort auf. Hey. Hör sofort damit auf. Sag ich doch. Ich wollte schon immer ein neues Hemd der Marke Calvin Klein. Hast mich aber spät bemerkt. Muss ich erstmal brüllen, ne? Hör. Hör. Tschö. Meine arme Elaine. Was hat dieser Kerl dir nur angetan? Ich werde dich jetzt befreien. Und alles wird wieder gut. Vielleicht jedenfalls. Aber dann mal los. So. Hier ist der Zauberspruch. In Yono Num Tyras. Ru. Ga. Kor. Nomos. Itak. Atros. Boldam. Yatuts. Asuka. Du verfluchter Bastard. Was hast du getan? Du hast alles zerstört und uns versteinert. Wir sollten ihn auf der Stelle für seine Taten büßen lassen. Hm. So aggressiv kenne ich dich ja gar nicht, Walna. Dass du so wahnsinnig werden würdest, hätten wir nicht gedacht. Walna hat recht. Du hast den Tod verdient. Das bin ich doch schon. Beraubt meiner Kräfte. Einsam umherstreifend. Weltvernichtend. Hört mir zu. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Irgendwas hatte von mir Besitz ergriffen und mich kontrolliert. Und das sollen wir dir allen Ernstes glauben? Dir, dem Verlogenste aller Vampire? Übertreibst du doch nicht ein bisschen. Du hattest damals das Buch in deinen Besitz bringen wollen. Das Zauberbuch der Elras. Du wolltest eine Armee der Vampire erschaffen und die Welt beherrschen. Wir haben dich getötet. Und irgendwie hast du es geschafft, ein untotes Leben wieder zu erlangen. Du hast uns Jaina geraubt und sie verdorben. Unsere Tochter. Und du hast die Welt verändert. Mit dem stärksten Zauber, den ich je erlebt habe. Und zu guter Letzt hast du uns noch versteinert. Wieso sollten wir gerade dir vergeben? Es, 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 es was? Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Er kann sich entschuldigen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also Aska weiß zumindest in diesem Teil wirklich zu überraschen. Er ist hier netter als im ersten Teil, finde ich. Oh ja, das hast du. Ich will sie wieder gut machen. Denk doch an all die schöne Zeit, die wir damals miteinander verbracht haben. Schöne Zeit? Könnt ihr euch nicht erinnern? Unser Sieg über Pharao Ostra und über Abraxas, dem elenden Vampirmörder. Unsere Suche nach Aisha. Aisha. Hör auf, von alten Zeiten zu reden. Du hast viel Schlimmes getan. Äh, du hast zu viel Schlimmes getan, als dass wir dir vergeben könnten. Weil na, siehst du das auch so? Ähm. Scheiße. Äh. Scheiße. Das ist garantiert Ending-relevant. Aber an sich, wenn ich an Vampire Stone 1 denke... Ja, natürlich. Hört zu. Ihr müsst mir glauben. Ich war nicht ich selbst. Ich war besessen. Besessen von einem Geist. Und jetzt ist er in Jaina. Und nun hat Jaina meine Kräfte geraubt und wollte mich töten. Nur mit viel Glück konnte ich vor ihr fliehen. Ich habe nach einem Weg gesucht, um euch von eurem Zauber zu befreien. Und nun habe ich endlich einen Weg gefunden. Bitte glaubt mir. Ich weiß nicht. Von einem Geist, der andere kontrolliert, habe ich noch nie gehört. Es war ein Elras-Geist. Die Elras haben die Welt verändert. Die Elras? Elras-Geister? Es ist die Wahrheit. Es muss doch jemanden geben, der uns davon erzählen kann. Hm. Vielleicht kennen wir da jemanden. Wen meinst du? Dieses Etwas, das uns gerettet hat. Ah, Jainai. Den hätte ich beinahe schon vergessen. Ich auch. Wer hat euch gerettet? Ach, da ist er ja schon. Wenn man von ihm spricht. Ich. Dieses Wesen hier hat uns gerettet. Perfektes Timing. So perfekt. Hm. Was ist denn das? Na scheiße, es haben die fast gleiche Stimmen. Ich glaube, es ist an der Zeit, euch ein wenig mehr zu erzählen. Doch ihr müsst erst einmal euer Schloss wieder erobern. Das ist von großer Bedeutung. Unser Schloss? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Langsam. Wer hat das Schloss denn gerade besetzt? Jaina. Jaina? Unsere Jaina? Genau genommen sind es die Elras. Doch, das erkläre ich euch später. Momentan wird das Schloss nur von einigen wenigen Elras Lehrlingen beschützt. Die starken Elras sind dabei, die restlichen Abschlüsse zu erobern. Worauf warten wir denn noch? Ich will mein, äh, unser Schloss zurück. Na schön, schaden kann es ja nicht. Aber dann will ich endlich ein paar vernünftige Informationen. Die bekommt ihr, keine Sorge. Ich bringe euch jetzt zum Schloss. Ihr seht die komische Bestie und das Problem sollte sich erledigt haben. Was für eine komische Bestie. Das werdet ihr schon sehen. Also dann. Ah, okay. Hi. Da wären wir. Nun, dann holt euch mal das Schloss zurück. Und was machst du? Nun, ich warte hier. Ihr schafft es auch allein. Keine Sorge. Ich werde bereits, äh, wie ich bereits sagte, sind die starken Elras alle fort. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, das Schloss zu erobern. Wenn du das sagst, also dann los. Ich frage mich, was für eine komische Bestie da auf uns warten soll. Bevor ihr geht, benutzt noch diese Runentafeln. Schwache Heilung. Blaues Licht. Eine Runentafel? Was ist denn das? Damit könnt ihr einen neuen Zauber erlernen. Ich erkläre euch dazu später mehr. Na fein. Dann ins Schloss. Nur damit das klar ist. Ich hasse dich, Aska. Der einzige Grund, warum du noch lebst, ist die Tatsache, dass wir keine Ahnung haben, was hier überhaupt passiert. Und ob du oder irgendein Geist diese Welt umgeformt hat, wird sich noch zeigen. Wenn ich eine Wahl hätte, würde ich auch eine andere Gesellschaft vorzunehmen. Du hast mich schwer enttäuscht. Ich werde dir nie vergeben. Hör zu. Wir klären die Sache mit diesen Elras und dann gehen wir für immer getrennte Wege. Doch bis es soweit ist, brauchen wir uns. Nur zu dritt haben wir vielleicht eine Chance. Schwach wie wir sind. Ein Fehler. Ein Fehler. Und dein Kopf rollt. Ich freue mich darauf. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part ist. Ich mache ihn jetzt sonst ein bisschen länger und lese nochmal ein paar E-Mails. Deswegen für die, die das nicht mitkriegen wollen, sage ich schon mal Ciao. Und ja, die restlichen, die noch jetzt da bleiben, wir gucken uns nochmal ein paar E-Mails an. Ja, bitte. Du bist doch der, der Vampire Down erschaffen hat. Wenn nicht, ist das blöd. Aber egal. Wie kann man so eine Mails abschicken, mal ganz ehrlich? Das ist so... Du hast, hast gesagt, es wäre gut, wenn man übers Banner anmeldet, soll man dann auch Betrug machen. Alter, junge Satzzeichen. Wenn ja, schreib mir. Wenn nicht, tut's mir leid. Ja, aber Ebay muss nicht sein. Ein guter Bankbetrug würde auch gehen. Auch ein Spindel im Immobilienbereich könnte sich als Möglichkeit erweisen, mir einen Gefallen zu tun. Ich bitte dich, kannst du mir sagen, wo sich das versteinerte Dorf bei VD1 genau befindet? Ich habe schon überall gesucht. Mein Freund meinte, das Dorf wäre auf einem der Eiskontinente, aber auch dort habe ich schon nachgeschaut. Ich möchte nämlich, dass die Hexe einen qualvollen Tod erleidet. Ich bin schließlich auch ein Vampir der ersten Generation und wir Vampire kennen keine Gnade. Kannst du mir auch sagen, wo Piccolo, der Clown von der einsamen Wiese, ist? Wir Vampire sind doch Kollegen, oder? Vielen Dank, Vampirlord. Dein Blutsaugerkollege. Das ist eine coole E-Mail auf jeden Fall. Groß an den Vampirkollegen. Ich hoffe, du hast die olle Hexe richtig zerfetzt. Okay, ich hoffe, er hat aber diesen Vampirkollegen an sich geantwortet, aber das kann man doch wirklich machen. Hier ist mein Monster. Der Affenmensch. Wehe mich. Nee, wähl mich. Also, dich wählen? Wählen? Hä? Waschaltes Haus. Bitte nicht immer an meine Privatadresse mailen. What the fuck? Ähm, guck, guck. Guck, zurück. What the fuck? Guck, 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 guck. Wow, danke, du bist voll cool. Ey, danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Ja, okay, sehr gut. Danke, 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 danke. Alter. Yeah, bis jetzt bin ich... Ich, was? Yeah, jetzt bin ich wieder glücklich. Danke. Und bitte, ja. Hilfe. Normalerweise bleibe ich cool, aber vielleicht findest du eine kurze Minute, um mir zu sagen, wie lange du noch schätzungsweise brauchst. Ansonsten, ich werde es ja sehen. Ein Glück, wenn du das hier liest, hast du es geschafft. Daran sieht man, er hat diesen Leuten scheinbar nicht, äh, anscheinend nicht geantwortet. Schon ein bisschen fies, dass er nicht verraten hat, wo Piccolo ist und die Hexe. Also das hätte ich an seiner Stelle aber schon gemacht. Weil das war eine anständige und coole Mail, da hätte ich drauf geantwortet an seiner Stelle. Also hey. Ich sag's euch, ne, wenn er wirklich dann diesen Briefkasten einbaut, auch in VD3, ne, und ich dann meine E-Mail da dann wieder finde, denke ich mir auch so, alter. Em, ich arbeite bei meinem Spiel. Em, wer bist du? Was? Darf ich das wissen? Mich einfach anmelden und dann nicht wissen, wer ich bin. Uiuiuiuiui, sieht übel aus. Das ist zur Helle. Hallo. Das ist übrigens eine meiner Lieblings-Mails, da fällt eine Antwort sehr leicht. Lo- Ne. Lob. Ich liebe Vampire Stone. Lob, lob, lob. Eine blutige Freudenträne vergießen. Sollen wir nachher einen Brief lesen? Ja, war Spaß. Wann kommt denn das Spiel World of Warcraft raus? Was hat er damit zu tun? Da auf dem Link steht doch 31. Mai und der ist ja schon lange vorbei. Schöne Grüße und bitte so schnell wie möglich antworten. Tut mir leid, selbst als langjähriger Blitz-Blizzard-Mitarbeiter wusste ich auf diese Mail damals auch keine Antwort auf diese Frage. Sehr, sehr schade. Oh, das war's. Schade. Naja, okay. Dann werden wir uns jetzt gleich mal ins Schluss begeben, aber erst im nächsten Part. Denn dieser Part sollte, glaube ich, wieder lang genug sein. Und falls nicht auch egal, wir sehen bzw. hören uns hier im nächsten Part auf jeden Fall dann alle wieder. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und tschaui!